Den dritten Teil dieses Films also bringen wir morgen Sonntag 15.10 Uhr, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Verehrte Zuschauer, nun können wir die Zeit bis zum neuen Jahr schon in Stunden zählen. Zeit Bilanz zu ziehen, Zeit auch für einen Rückblick. Wir lassen dafür eine Stunde lang am Montag von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr die Bilder eines Jahres im Album 84. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr haben wir uns dann wieder einiges einfallen lassen, um für einen harmonischen, heiteren, beschwingten Abschluss für 1984 zu sorgen. Silvester im ZDF, ein großes Programm. Unterhaltung, Show, Musik. Um 19.20 Uhr der große Karpfen Ferdinand mit Martin Heldt, mit einem Karpfen, mit Luise Martini, Elmar Wepper und vielen anderen. 19.45 Uhr der Schnüffler mit Didi Hallervorn, Charles Ronnier, Katharin Allries, Thilo Brückner, Siegfried Wischniewski und anderen. 21.15 Uhr Arena der Sensationen, Artistik, Akrobatik, Spannung und Entspannung. Von der Minute Null des neuen Jahres ansuchen wir dann mit Stimmung, Stars und guter Laune für den richtigen Start ins Jahr 1985. Als nächstes Jahrxis. Als nächstes Jahrächlich referen Sie die Erlä выходfully das congratschen, damals die Erläuferungteutschpreserkreifen,